Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Metin2. Ja, wir sind bald Level 5 und dann bekommen wir die Klasse über. Wahrscheinlich nur eine, die andere gibt es noch nicht. Haha, da werden wieder unfertige Sachen eingebaut, wirklich toll. Hm, ein neuer Duft. Ah, das Moschus Öl. Ja, und wie bekomme ich jetzt das? Hier. So. Oh, ich habe mir 2 gekauft deshalb. Okay. Für einen anderen Charakter kann ich das noch gebrauchen. So, ein neuer Duft. Ich danke dir von Herzen und kann endlich ein neues Duft Öl herstellen. Du kannst meinen Singenvogel aussichten, dass ich heute wieder von ihrem Fenster singen würde. Sie wird sich freuen. Du hast dir eine Belohnung verdient. 500 Young haben wir bekommen. Und ich will nicht immer die Map da oben haben. So. Ähm. Wohin müssen wir jetzt sonst? Ach. Wir gehen jetzt hier zu ihr. Und verkaufen auch mal die Items. So. Oh, vielen Dank. Es war also nur verhindert, sagst du. Da bin ich aber froh. Ich werde heute Abend auf ihn warten. Für deine Muen bekommst du 1000 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Und wir haben Level 5 jetzt. Wo steht denn das? Ja, Level 5. Und deshalb müssen wir hier hoch. Wir müssen Handu Lager runter. Okay. Also, dann gehen wir ins Handu Lager. Vielleicht bekommen wir von dort dann die Klasse über. So. Ich bin mal gespannt, wie es weiter geht mit Metin 2. Weil mein Windows 8.1 hat wirklich Probleme irgendwie mit Metin 2. Aber ich schaffe es aufzunehmen. Das ist kein Problem. Aber ob ich lange das mitmache. Das waren nur in drei Versuchen ins Spiel reinkommen. Und ähm. Zum Beispiel dein Job abstürzt. Deshalb habe ich hier überhaupt zwei Motion Öle. Das ist nicht so gut. Es ist. Es muss unbedingt mal optimiert werden für Windows 8.1. Und später für Windows 10. Eventuell wird das Windows 10 gar nicht mehr laufen, das Spiel. Das ist ein bisschen schade. Außerdem ist es ja auch nicht ganz so spannend, das Spiel. Mal schauen. Also wenn die Aufrufezahlen runter gehen. Dann werde ich wahrscheinlich irgendwann mal aufhören mit dem Projekt. Oder warte, bis es ein paar mehr zuschauen und wir ein paar mehr interessiert sind. Da ist dem, ähm, 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 Champions of Legends sehr beliebt auf meinem Kanal. Dankeschön dafür. Aber eben, wenn ihr nicht Metin 2 schauen wollt, dann... Und ich so viele Probleme haben, dann würde ich es lieber beenden. Aber ich habe jetzt mal eine Einführung gegeben. Ich werde sie aber auch weitermachen. Und wenn es nicht geht, muss ich leider aufhören. Aber ich hoffe es geht. So, bitte hilf uns. Unser Dorf wurde von Alpha Blai Wolf überfallen. Einen? Okay. Hä, die Diebe haben unseren Fahrrad an Reiskeksen gestohlen. Wieso Diebe? Wir sind verzweifelt. Seit wann essen Alpha Blai Wolf Eiskekse? Keine Ahnung. Was wollen wir denn nun essen? Ja, was dann? Kot. Einen eigenen Kot. Kannst du uns helfen? Jage die Plünderer und nehme ihnen die Beute ab. Werden dich reich belohnen. Ja klar. Ein armer Bauer kann mich reich belohnen. So, Alpha Blai Wolf. Oder Alpha Blai Wolf. Natürlich. Und wo sind Alpha Blai Wolf? Da oben? Nö. Das sind Gehungrige. Ja, wenn ihr doch eine Quest macht, macht das nicht vor der Haustür. Oh je. Hm. Ja genau. Man kann nirgends irgendwo, ohne dass man anhakt, irgendwo hingehen. Das sind Hungrige. Hä? Und hier ist auch keine Anzahl. Fertigkeit erhöhen. Ah, jetzt haben wir die Klasse einfach. Okay. Dann nehmen wir mal. Unsere Verteidigung wird verringert. Das ist Angriffskraft. Das nehmen wir mal. Also wir nehmen das mal. Das tun wir hier runter. Wir nehmen Atem des Wolfes, weil Aue. Okay. So. Und dann nehmen wir noch Zerreissen oder Wolfssprung. Wir können beide nehmen. Zerreissen haben wir. Dann Wolfssprung. So. So. Und uns kennen werden wir diesen Purwulf. Purpur Wolfs Seele. Ähm. Denk ich mal ist das Wichtigste. Oh. Schau mal die Effekte. Oh. Das ist geil. Das ist ein Aue. Ding. Angriffe. Haben die das gesehen? So. Ähm. Hungrige Wolf. Hungrige Alphawolf. Blauwulf. Hungrige Blauwulf. Sind jetzt keine mehr hier. Da oben könnte noch einer sein. Ja. Alphablauwulf. Wie viel müssen wir denn killen? Ähm. Jagd die Plünderung. 28. Soviel töten. Yeah. Ich liebe Grindr Quests. Die sind so richtig geil. Die liebe ich auch. So geil. Hm. Begeisterung schallt durch das Let's Play Studio. Die Zuschauer die schreien Puuu. Und ich bin sehr verwundert. Wieso? Was haben die Leute gegen Grindr Quests? Und das Raunen wird grösser. Aha. Alle streiben sich. Puu Drago du findest Grindr Quests cool. Wir sehen doch dass du einschläfst. Hä. Hä. Okay. So. Das ist noch ein roter Keiler. Boah. Ha. Habt ihr gesehen wie ich irgendwelche Kunststücke in der Luft gemacht habe? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Noch 25. Texturity. So. Noch mehr. Wieso sind die so selten? Oh Gott. 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 nicht mehr viel geschrieben. Ah, lass mich durch, du fetter Bär. Was ist denn? Fetter, fetter Bär, fetter Bär. Viel zu fett, du dummes Stück Scheisse. Lauf doch, blöde Austau. Ja, haut doch nicht ab. Nicht genug Ämpel. So, machen wir die Mana-Tränke hier hin. Und nippeln ein bisschen. Ah, wir haben voll. Gut. Dann. Luxury Tee. Und Auftrag 21 haben wir. Noch zwei Kriegsbürgen. Brauche ich doch nicht. Ich bin ein Wolf. Ich muss nicht Bogen spannen. Hm. Auftrag. Hungriger Blauwolf. Hungriger Keiler. Hungriger Blauwolf. So. Noch ein Auftrag. Ah, statt Wachter. Wächter. Hungriger Blauwölfe. Okay. So. Geht mir die Sachen. Wieso habe ich den nicht getroffen? Hm. So. Noch mehr. Boom. Also die Effekte sind cool. Oh, schön. Drei Alpha Blauwölfe. Ah, Sturmplattenpanzer. Aber das ist auch nicht für unsere Klasse wahrscheinlich. Scheinbar schon. Das ist für Sura. Waffensura. Also so. Magiesura. Hm. Mal schauen. Ja, Sura. Alpha Blauwölfchen. Endlich kommen mehr Alpha Blauwölfchen. Hm. Wolfsville. Ist das Loot oder wo kann man mit dem etwas machen? Wieso muss ich die Goldmünze eigentlich alle aufsammeln? Ja. Ja, Metin 2 ist richtig hinterher. Aber. Okay. Das hat auch eines der ältesten MMO-BGs. Das wurden zu Port-Sachen noch nicht angebracht. Finde ich ein bisschen doof. Kann man aber nichts machen. So. Nochmals ein Status. Machen wir wieder Fitalität jetzt. Genug Stärke. Ah, genug Stärke. Klick, ja. Und wie sind denn jetzt hier große Monster da? Ich brauche die doch nicht. Ja, toll. Das ist ein hungriger, hungriger Blauwolf. 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 Ja, dann muss ich jetzt hier weg. Ah, dafür brauchen wir wieder Zeit. Ich brauche mal ein Reit hier. Hm. Wie lange brauche ich jetzt? Ah, hier sind hungrige Blauwölfchen. Da auch. Ähm, dann schauen wir mal kurz. Jetzt beim Auftrag haben wir, ähm, Jagd die Plündern zwölf und hungrig Blauwolf fünf. Dann können wir gleich die töten und dann haben wir die Quest. So, ähm, so gehst du nicht mit mir durch. So, ein roter Trunkkar. So, dann. Erfolgreich beendet. Ähm. Okay. Seitdem ist, äh, die Quest ist ja gar noch nicht vorher bestimmt. Nein, ich will nicht angreifen. Ich wollte nur neben dich durch. Die Hitboxen sind eigentlich auch zu gross. So, weg damit. Hungrig Blauwölf. Nein, das brauchen wir nicht mehr. Wir gehen jetzt noch ein bisschen hier rund. Da gibt es noch Blauwölfchen. Äh, vom Alpha. Alpha-Get hier. So, und unser Eventar wird langsam gefüllt voll, kann ich jetzt nicht sagen. Wenn wir nur die Hälfte haben. Aber es wird langsam gefüllt. Wir haben vergessen zu verkaufen. Passiert manchmal. Ähm, wir müssen auch die richtigen finden. Keine hier, hä? Wo denn? Wo denn sind die? Ai, du. Das sind fast die seltensten. Das haben wir vorher doch schön gefunden. Was ist das? Wieso ist der rot? Ist das ein Bug? Das ist scheinbar ein... Oh nein, das ist... Aha, der Auswahlring. Auswahlring, jetzt bin ich schon verwirrt. Jetzt fühle mich schon ein bisschen verwirrt. Der arme Drago ist überlastet. Zu viel gefeiert heute Nacht. Um halb drei Uhr war es zu Ende, die Meisterfeier. Ich völlig besoffen. Nein, nein, ich war nicht besoffen. Aber voll zugedröhnt. Nein, auch nicht zugedröhnt. Aber trotzdem, ich habe viel zu wenig geschlafen heute. Bin recht müde. So. Nochmals zwei, äh, drei. Jetzt nehmen wir einen Dreierpack, gut. Ich frage mich, wo die Mettins sind. Die spawnen hier gar nicht oder sie werden zu schnell gekillt. Eines haben wir am Anfang im Dorf gefunden. Da oben. Ähm, bei der Brücke. Aber sonst haben wir keinen mehr gefunden. So. Da haben wir noch einen. Die Grauen sind wahrscheinlich noch ein bisschen stark. Wow. Der. Der schlägt ein. So. Gut. Noch mehr. Boah, brauchen wir viel. Wohlgehämmere. Volgehämmere. Ja. Ja. Ja, wenigstens nervt sie mich nicht, wenn sie ein bisschen leiser ist. Ah, eine Fertigkeit können wir noch erhöhen. Tsch! Mache ich auch jeden Tag. Ein bisschen mich drehen und dann ein bisschen einschlagen. Zum Beispiel in die Fresse meines Vaters, meiner Schwester und meiner Katze. Nein, nein. Sicher nicht. Ich bin einfach ein Plapperi. Das werde jetzt mal nichts kennen. Vielleicht später dann. Ähm, Angesgeschäft, die Wendigkeit brauchen wir nicht. Fehlschlägt das Gegner brauchen wir eigentlich auch nicht, wäre ja auch schon gut. 200 Sekunden und das 56 Sekunden. Ja, irgendwann später, dann werde ich schon was kriegen. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir noch erledigen müssen. Vollbleibt eine Anzahl 0. Ich gebe auf, ich habe alle besiegt, gebe auf. Nein, geht nicht. Ist die verpackte Quest. Gibt es immer noch verpackte Quests in diesem Spiel? Liebe Games, mich interessiert das nicht. Halt die Fresse da oben. Scheinbar ist die Quest fertig, aber trotzdem können wir sie nicht abschließen. Da müssen wir jetzt in die Stadt. Kann auch sein. Na, ein paar fette Trinken sind wir da. Gut. Dann kommen wir gerne unten durch. Vielleicht finden wir jetzt ein Matting da unten. Machen wir einen kleinen No-Mack. Da ist Chung-Mock. Okay. Da ist einer für Level 10. Was finden wir? Level 6 schaffen wir das? Ne, ich glaube nicht, oder? Wir brauchen einen für Level 5. Dann schaffen wir. Ja, graue Wölfe sind schon schwer. Aber nicht so schwer, wie ich es gedacht habe. Ob sie, ja, sie machen viel Schaden. Ja, nein, wir, wir, ähm, hauen ab vom Stein. Klar, äh, tun aber nie noch besiegen. So, den schaffen wir nicht. Wir haben einfach dafür zu wenig Leben. Wir brauchen eine bessere Rüstung. Und vielleicht noch ein bisschen Vitalitätspunkte. Und dann können wir ihn machen. Aber einen der blau, äh, grünen. Ist das grün? Ne, das ist nicht grün, das ist blau. Einer der Fünfer können wir dann machen. Ab zuerst muss ich einen finden. Ich werde wahrscheinlich im nächsten Part dann einen suchen gehen. Also, bevor ich ihn in den Part mache. Und dann machen wir ihn zusammen. Aber momentan geht das nicht mit den Zähnen. Da ist ein 15er. Den brauche ich auch nicht. Und wo sind eigentlich die Spieler? Ich habe bis jetzt in diesem Part keinen Spieler gesehen. Obwohl es 14 Uhr ist. Oder 13 Uhr. Hm. Forever Alone in Matin 2. Der neue Projekttitel. Wander Simulator mit Matin 2. Wir wanden den ganzen Part einfach ein bisschen herum. Chillen ein bisschen. Ja. Ist er nicht. So. Wir müssen zu ihm zuerst. Ja, komm mal zu mir. Ich bin so langsam. Ich komme nicht zu ihr. Schau mal. Ich bin so langsam. Du, da vorne ist es nicht die Zeit, um in der Gegend herumzustehen und sich dem Nichtstun hinzugeben. Du musst hart trainieren. Das ist der einzige Weg, um sich in den Zeiten der Unruhe eine Chance auf Überleben zu sichern. Aber wenn du schon mal da bist, habe ich einen Auftrag für dich. Der Schmidt war vorhin hier und erzählte mir irgendwas von Schweinen und Lieferproblemen. Vielleicht braucht er Hilfe. Geh zu ihm und sag, dass ich dich geschickt habe. Los. Von mir aus Wolfsfeld. Was soll ich mit Wolfsfeld bloß? Craften oder was? Eid. So, jetzt gehen wir dorthin. Dann handeln wir auch mit der Gemischtwarenhändlerin. Aber heute noch. Däumchen drehen. Verzeihung? Wenn du gerade nicht beschäftigt bist, kannst du mir einen Gefallen tun. Ich brauche eine leere Flasche für meinen roten Trank. Ich bin hier im Laden beschäftigt und kann sie mir nicht selber holen. Dann mach dich frei. Wenn du mir diese Flasche bringst, werde ich dich belohnen. Das ist gut. Leere Flaschen bekommst du beim Töpfe, Jona. Vielen Dank. So. Hä? Und hier habe ich auch einen Auftrag. Wer bist du und was weißt du hier? Ich bin sehr beschäftigt. Das stört mich nicht. Oh, der Stadtwächter schickt dich? Ich dachte schon. Er würde nie jemand kommen. Es ist keine schwierige Aufgabe und es wird nicht lange dauern. Genau das Richtige für einen jungen Abenteuer wie dich. Heute sollte ich eine Lieferung des Lagervorwaters erhalten. Ich benötige dringend eine Schweinenase. Bisher war ich jedoch vergeblich. Kannst du mir helfen und die Schweinenasen beschaffen? Es ist wirklich wichtig. Äh, von hier aus. Und wohin muss ich jetzt noch? Ich gehe mal hier nach oben. Und zwar da hinten dran zu Jona, ja. Oh, jetzt keine Ohren. Sind wir schon in der Zukunft? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh je, verdammt. Ich kann nicht aufhören zu husten. Was soll ich in dem Zustand nur arbeiten? Die gemischt waren Händler in Schickdich. Ich habe leere Flaschen. Aber die gibt es nicht umsonst. Ich habe Asthma. Man hat mir erzählt, Pfirsich sammend seine hervorragenden Heilmittel. Wenn du mir welche besorgst, werde ich dir eine leere Flasche geben. Du kannst Pfirsich sammeln bei den Keilen, aber hast du halb des Dorf bekommen. Wenn die Bauern Pfirsich sammeln, pflanzen, graben sie Keile, sieh wieder aus. Okay. Und jetzt noch zur letzten Quest runter. So, dann ist der Part leider vorüber, aber der nächste kommt soweit. Momentan noch ungefähr so als drei oder dritten Tag. Ähm, später dann öfters. Da ist der Lagervorwärter. Der Lagervorwärter. Ah, da sind Spiele. Ballista Level 20. Und ein Magier wahrscheinlich. Willkommen, ich bin der Lagervorwärter dieses Dorfes. Du kannst meine Dienste in Anspruch nehmen, wenn du nicht dein gesamtes Habengut mit dir herumtragen möchtest. In meinem Lagerhaus kannst du einen Teil davon aufbewahren. Möchtest du jetzt aufbewahren? Ah, der Schmied schickt dich wegen der Schweinenasse. Ich fürchte, ich werde alt und vergesslich. Früher ist mir das nicht passiert. Hier hast du ja die Schweinenasse. Bring sie bitte gleich dem Schmied. Wir sehen uns später. Ja, ja, von mir aus. Aber ich möchte kurz noch die Sachen verkaufen. Das müssen wir noch machen. Hm. Handl endlich mit mir. Pergamente Bindung. Pergamente Lösung. Bündel. Kostüm. Hm, von mir aus. Ist das besser oder schlechter? Schlechter, okay. Ähm. Habe ich jetzt das Shading getan? Es gab gar keine Bestätigung. Nur von mir aus. Ah, die geben gar keine Bestätigung. Nur von mir aus. So. Ja, wir kaufen mal alles. Ist egal, ob wir nachher von der Quest die bekommen. Wir kaufen sie. Und rüsten sie aus. Im falschen Slot wird sowieso automatisch irgendwo hingetan. So. Und, ähm. Eben zum Schmied noch. Jetzt sind wir auch ein bisschen schneller wieder geworden. Du bist schnell wieder zurück, als ich dachte. Diese Schnelligkeit soll sie beibehalten. Beibehalten. Kann dir in Zukunft sehr nützlich sein. Und jetzt hör gut zu. Ich habe eine wichtige Information für dich. Bist du mit der Fädelung vertraut? Natürlich nicht. Du bist ein noch junger Abenteuer. Es geht um Folgendes. Wenn du mir ein Stück deiner Ausrüstung überlässt, kann ich es für nur wenige Youngs so bearbeiten, dass seine Eigenschaften verbessert werden. Aber macht sie eben kaputt. Ich weiß es. Ich kenne das noch. Eine Kunst der Fädelung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Je höher das angestrebte Ziel, desto schwieriger die Durchführung. Eine Verbesserung plus drei oder darunter brennen glädliche Einigungen. Youngs für alle weitere ist ein zusätzlicher Gegenstand notwendig. So wie die Schweinesnase, die du mir gebracht hast. Allerdings kann es stets vorkommen, dass der Gegenstand, den man zu Fädeln wünscht, zerstört wird. Selbst wenn man in diesen Dingen geübt ist, so wie ich. Komm vorbei, wenn es deine Zeit erlaubt. Ich kann dir wunderbar Waffen schmieden. Ja, mach sie immer kaputt. Ich weiß es. Kennst du? Dann lagen wir das mal. Was? Seit gerüst Abenteuer, kannst du mir noch einmal einen Gefallen erweisen? Normalerweise bitte ich anderen Leute nicht oft um solche, aber du schaust mir verteidigwürdig zu sein. Betrachte es als Ehre. Ich habe eine Angelroute für den Fischen gefertigt. Leider habe ich am heutigen Tag viele Anfragen zu bearbeiten und kann sie ihm daher nicht persönlich bringen. Kannst du das für mich erledigen? Ich hoffe, dann kann man fischen. Der Fischer muss irgendwo im Fluss sein, wenn du ihm die Angel gibst. Übrigens wird nicht ein Teil deiner Ausrüstung verreden. Das klingt doch noch ein Ferngeschäft, oder? Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Schauen. Ist das nur kurz hier? Und zwar Vitalität unbedingt. So, also. Tschüss, Sikowski, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye.